Das ist natürlich die Kehrseite, oder? Eigentlich wollte man weg von allem und dann bist du noch berühmt worden. In der Zwischenzeit. Ja, mit dem hätte ich nie gerechnet. Nie, nie, nie. Ich weiss ja nicht, wie das jetzt ist, als ich das letzte Mal in der Schweiz war. Vor zweieinhalb Jahren. Was? Ich habe das Gefühl, du kannst unauffälliger das Zeug durchschließen. Aber die kennen alle. Ja, natürlich. Mit den Haaren und mit dem Bart. Komm, hör mir auf. Das Bio. 50 Meter Autogramm-Foto. 50 Meter Autogramm-Foto. 50 Meter Autogramm-Foto. Das ist gestört, gestört. Das Prinz im Holzerweg-Kampf. Da haben die Schüler am Freitag vorher, oder was? Da hatten die noch das Gründfurturnier. Oder? Ein Team hatte es, die sieben Reiches. Ein anderes hatte es Familie Schönbechler. Oder? Nein. Und dann natürlich, weisst du, die lieben Verwandten und bekannten Zeinsiedeln. Oder? Was die an den Fasnachtsumzügen treiben. Was gönnt, gönnt das Schönbechler an die Fasnachts? Ganze Klicken von jungen Mannen, verkleidet als Hermann mit der Motorsage im Fasnachtsumzug, oder? Ein anderer hat der Dings die Weihnachtsbaumverpackungsmaschine auf dem Anhänger oben. Und zieht die Kinder durch, wie ich den Reichi habe durchgezogen. Weisst du, dann schickst du immer das Zeug dahin, oder? Bei dem Laube fannst du die Hosen verlachen, oder? Weisst du? Andere Keiben machen. Ich finde das lustig, weisst du, ich bin ja auch eine... Wie soll ich sagen? Eine Witzfigur, weisst du? Ich tue gerne überzeichnen, ich bin gerne sarkastisch, im Grunde genommen, oder? Und ich teile auch gerne aus, oder? Und wenn wir andere so zurückgeben, im Grunde genommen... Das ist doch einfach lustig! Das ist doch einfach lustig, oder?